Kapu 2 Während die Kleine von Himmelslust getrillert und musiziert, ward von den preußischen Duaniers mein Koffer visitiert. Beschnüffelten alles, kramten herum in Hemden, Hosen, Schnupftüchern. Sie suchten nach Spitzen, nach Bijuterien, auch nach verbotenen Büchern. Ihr Toren, die ihr im Koffer sucht, hier werdet ihr nichts entdecken. Die Konterbande, die mit mir reist, die habe ich im Kopfe stecken. Hier habe ich Spitzen, die feiner sind als die von Brüssel und Mecheln. Und packe ich einst meine Spitzen aus, sie werden euch sticheln und hecheln. Im Kopfe trag ich Bijuterien, der Zukunft Kron-Diamanten. Die Tempel-Kleinodien des neuen Gotts, des großen Unbekannten. Und viele Bücher trage ich im Kopf. Ich darf es euch versichern, mein Kopf ist ein zwitscherndes Vogelnest von konfiszierlichen Büchern. Glaubt mir, in Satans Bibliothek kann es nicht Schlimmere geben. Sie sind gefährlicher noch als die von Hoffmann von Fallersleben. Ein Passagier, der neben mir stand, bemerkte, ich hätte jetzt vor mir den preußischen Zollverein, die große Duanenkette. Der Zollverein, bemerkte er, wird unser Volkstum begründen. Er wird das zersplitterte Vaterland zu einem Ganzen verbinden. Er gibt die äußere Einheit uns, die sogenannte Materielle. Die geistige Einheit gibt uns die Zensur, die wahrhaft ideelle. Sie gibt die innere Einheit uns, die Einheit im Denken und Sinnen. Ein einiges Deutschland tut uns Not, einig nach außen und innen. Untertitelung des ZDF für funk, 2020